Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Haftbefehl, das weiße Album. Im November 2014 erschien mit Rossisch Roulette das letzte Album von Haftbefehl. Nach mehr als 5 Jahren kommt der Offenbacher mit seinem 5. Soloalbum. Das weiße Album beinhaltet 14 Tracks, Features kommen unter anderem von Gucci Mane, Shindy und UFO 361. Das Album kommt über Aslachs und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Dardan Soko Disco. Das letzte Album von Dardan Sorry erschien im August 2019. Knapp ein Jahr danach steht nun mit Soko Disco das zweite Album des Stuttgarters an. Nachdem es während der Promophase zu diversen Problemen und Fehlern kam, verkündete Dardan, dass er keinen Bock mehr hätte und dies sein letztes Album sein werde. Soko Disco kommt mit 21 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Loredana, Sio und Vaisel. Das Album kommt über Hypnotize Entertainment und erscheint als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.